Forgiven mit seinen riesen Pickel auf der Stirn. Einen Pickel auf der Stirn? Wer? Forgiven. Achso, Forgiven. Wer hat Forgiven? Die Spieler Forgiven. Copenhagen Wolves. Ist das ein Ender? Ja. Das ist das Mahl Buddhas. Haha, ey. Ich dachte, das heißt, dass er zum Verheiratet ist. Nee, nee. Ja. Das heißt, dass es nicht so viel vor. Es braucht, oder? Ja, das ist wohl wieder da. Ja, das ist wohl wieder. Reportagets aus dem TLC's Game Channel For Skins. Oh mein Gott, noobs! Pay for game! Haha! Pay to win? Game? Hier? Ja. Aber es ist ja eigentlich Skin gleich Skill. Ist so. Ja. Skin gleich Win? Ja, ja, ja. Skin to win. Ja, nicht umsonst reimt sich das. Ja. Ja, ja. Da hat sich Riot schon was bei gedacht. Ja, ja. Ja, ja. Wir raipen jetzt einfach Bottle hin und... Ja. Was ist das eigentlich für Zeichen im Kreis? Die, die... Die Keywindings sind anders bei mir jetzt. B. B. So, jetzt kann ich wieder auf den Maustasten lachen. Auf meine... Zurück... Daumentaste. B.M. Bad Manner. Report. Oliver ist da. Wie ist er? Yo! Genug. Wow. Diese Hurensöhne. Ja, wegen denen habe ich jetzt B-Skillen müssen. Auf Level 1. Das ist voll der Bullshit. Immerhin. Bist du nicht gestorben, Alter. Ja, wie soll ich denn dabei sterben? Ja, wie soll ich denn dabei sterben? Mir war schon klar, dass ich dabei nicht sterbe. Dick ist Fussblatt auf der Stirn stehen. Aber Sheku ist der Hurensohn. Hahaha. 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 Wie war der Fettgass? Hahaha. Ist der Hurensohn. Hahaha. Hahaha. Ja. Hahaha. Geil. Yo. Ich bin bei dir. Frieder, ey. War das? Ja, der war im Busch. Wer rechnet denn schon damit? Das... Das... Das Leute noch im Busch zählen. Der nicht. Ist doch voll out seit... 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 Seit diesen... Drölf. 1000. Drölf, hat er gesagt. Hat doch zu gemacht. Aber naja. Ich hab ja diese... Feast... Mastery. Dass ich bei jedem Last Hit hier ordentlich... HP und Mana zurückbekomme. Ficken wir den. Ah, Ignite ist raus. Besserer Trade für uns, ey. Ich wollte den grad blocken, den Schuss. Und der den... Cannon Minion nicht kriegt. Oh, fuck. Yo. Oh. Hast du den Schekkel schon gesehen? Oh, lol. Eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Oder auf Deutsch, dann wurde wieder greedy. Was heißt greedy, ey? Dann wurde gefickt. Ja, es... Es war. Aber... Wir kommen in der neuen Beta, wo alle die Carrie Barrier haben. Ja. Bisschen spät, aber. Ich dachte, du solltest das wissen. Zeit sie zu rapen. Fuck you, ey. Oh, lol. Jetzt hat er wahrscheinlich ein dickes Item. Und ich nicht. Ich hab hier einen Longshot. 21 CS. 29 CS. Ja, das ist vermutlich schon beim Set. Ja. Hat der. Hätte ich mir auch schon fast leisten können. Also hat der auf jeden Fall... Ficken verpasst. Ja. Ficken verpasst. Ja. Ficken verpasst. Ja. Ja. Da ist er nicht... Ja. Ja. Ja, da ist er nicht... Ah Was ist denn los? Was ist denn los? Oh, Micha! Ja, Minion, guck doch. Ende, vielleicht jetzt? Ja. Ne. Wenn wir wieder hier Terribel Terribel Schon lange nicht mehr meine Lane verloren Hast du mehr Move-Speed als ich? Tatsächlich! 15! Ja! Der ist fresh! Was? Du hast 15 Move-Speed mehr Der ist schon 6, ey! Ja, der ist schon Runter! Komm! Voll in dir Ja Dragon! Wenn wir schon hier sind, aber... Ja, dann nicht! Unfähiges Team, ey! Doch, doch, doch! Der war meint! Ja, aber so um 4 gegen 5! Ist jetzt nicht so verwunderlich, dass es gut läuft! Ja, so gut läuft es jetzt auch nicht für 4 gegen 5! Ja! Der ist besser laut! Ja, aber bot lane failed! Ja, weil bot lane failed! Ja, aber das stimmt! Ich weiß gar nicht, wieso wir nicht pushen! Wir müssen ja gar keinen Gank befürchten! Ja! Ja! Ich bin doch schon! Ich bin doch noch mal hier! Ja! Pass auf die Uhr, oh! Eww Ouch obwohl die bär reißt es hier unten haben wir langsam kaputt verkackt schade schade ja wir sollen das spiel beenden also ja du weißt schon man weiß ja nie was passiert wenn der schicko wiederkommt wenn er wiederkommt weil unten ist echt nicht so rosig ich will trotzdem oben oh leil oh leil oh leil alter sind die level mäßig oh leil voll am arsch sind wir ok hier 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 was wie hier schon. Wer? Wer hat sein Blade? Botlane hat sein Blade schon. Das ist was ich sagte. Botlane hat schon seine Faust. Die Frozen Fist. Wohl 3-2, lol. Ich dachte, der hatte bessere Stats. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott! Ja, wir haben nicht mit dem Gank gerechnet, weil die halt kein Jenga haben. Ja, Push! Flash und dann gib mir die Lantern. Der Penner ist. Die abgehauen oder sie gestorben? Abgehauen. Die werden vermutlich zurückgekommen. Werden ist noch da? Fingere ich machen! Danke! Danke! Wo geht der? Weißt ja immer noch. Abelwaffe. Ja, Mann. Der reißt Stücke aus mir aus. Der reißt Stücke aus mir aus. Der reißt Stücke aus mir aus. Ich will etwas schreien! Blow. Wollt. Ein Feier wurde schraubt. Wollt ihr das Feuerwerk? Der reißt Stücke aus mir aus. Riesst für die Zeit. Ich fühle mich mit ihm. Überrasch whisk. Der reißt Stücke aus. Ich habe da keinem. Der reißt Stücke aus. Du bist erregelnd. Fertig seitdem. Das geht mit! Ja, dann reißen wir das mal ein. Asphyl war Mitte. Du kannst dich ja ein bisschen weiter wegstellen und mir eine Laterne geben, wenn es grenzlig wird. Zum Beispiel jetzt. Oh Gott. Hätten wir die fighten können? Pantheon-Konto. Achso. Ah, Fail. Mein schlechtestes Spiel seit einigen Tagen. Das ist doch unfair dem Pantheon gegenüber. Der Arme. Er hätte sich die Kills hart erkämpft. Er ist gefoodet. 11-1, lol. Er hat über die Hälfte von seinen Kills, was soll der Scheiß? Ja. 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 Inzalock, Shekko und Lee. Das ist nice. Aber Shekko ist der Hurensohn.